Ich sitze gerade so schön im Wohnzimmer, gucke Fernseher und merke nicht, dass eine Regelfreund davon zukommt. Ihr seht euch bei der beeindruckenden Wolkenformation an. Die ist voll geil. Ich wundere mich auch schon die ganze Zeit, warum es so dunkel geworden ist, draußen so dunkel wird. Ja, weil es ja gleich Regen gibt. Ja, so wie ich ja im Rode auch gehört habe, abends schaue und dann morgen nichts mehr. Du, Mom, ist das eine Gewitterfront oder eine Regenfront? Was ich da sehe. Mom? Gewitter oder Regenfront? Ich hatte es ja gerade nur gewundert. Ich sitze und gucke im Fernseher und merke nicht, dass da eine Front auf uns zukommt. Ja, auf jeden Fall wollte ich doch gesagt, dann gleich geht es bei uns Regenschauer. Der Wind zieht auch schon mal auf. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dabei hätten sie das gar nicht gemeldet für heute. Die hat überwiegend bewältet und Sonder gemeldet, aber das ist jetzt halt Zufall. Und dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Fernsehabend nochmals, ne? Und bleibt lieber drin, wenn es losgeht beim Regen. Musik Alle prays. Vielen Dank.